Er will Gerechtigkeit. Hallo Will. Hallo Dr. Lecter. Was Sie mit mir gemacht haben, ist in mir verborgen. Er erzählt jedem, dass Sie ein Monstrum sind. Wenn dem so ist, dinieren Sie mit einem psychopathischen Mörder. Und die Schlussfolgerung, die ich gezogen habe, ist die, dass Sie gefährlich sind. Sie mögen mir jetzt nicht glauben. Sie werden das. Halten Sie sich fern von Hannibal weg. Ich glaube Ihnen. Das ist nicht nur ein Mensch. Das kann ich auch nicht machen. Ich bin froh.